Ich habe aufgefallen negativ überhaupt nicht. Eine Baustelle ist eine Baustelle und wenn man etwas machen will, dann gibt es halt eine Baustelle. Do you know what happened here? I believe they're expanding the capabilities of the lift that's going to open in 2025. Ja, sicher. Modernisierung muss sein. Die Leute erwarten auch gerne mehr. Es muss schneller gehen. Und das kann man weniger mit der Elternbahn machen. Es ist gut, weil es hier oft viele Leute gibt, so es ist vielleicht eher effizient. Ich denke, es ist gut, dass es kommt. Und auch direkt von Stechelberg zu Mürren. Und für uns Paragliders wird es einfach schneller und leichter gehen. Guten Morgen, everyone. Willkommen an Borg. Soyez bienvenue à Borg. Bonjour. Gibt es Fragen, die Touristen immer wieder stellen? Ja, ja, sie fragen schon immer wieder. Also erstens fragen sie, was macht ihr da? Was gibt das? Und das können wir eigentlich gerne erklären. Und wenn man es eben erklärt, denke ich auch wichtig. Dann ist es dann auch so, dass sie mehr Verständnis haben für das Ganze, wo vielleicht nicht alles so rund läuft und alles ein bisschen anders ist. Es ist auch interessant einmal zu sehen, wer mühsam zu bauen ist auf der Höhe oben. Und was es für Aufwand braucht, bis alles da oben ist. Es war generell gut. Es gab viele Verständnisse von einem an den anderen. Aber es war nicht so gut. Die Level below ist sehr laut und wenn man in Natur ist, man mag es so quiet sein. Es hat mich nicht zu viel interessiert, aber es wäre schön, nicht zu haben. Es ist natürlich besser, 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 ohne den Ort zu bauen. Aber ich denke, ich sehe nach dem, all die beauty around. So, ja. Die View ist breathtaking. Ja, es ist so unreal. Es ist so unreal. Es ist wie, um, taking a picture in front of a poster. Ja. Because we are from Singapore, so we don't get such magnificent view.